ja ja okay wir fliegen allein ich bin rennt hier weil du kannst keinen schaden machen ja habe ich gemerkt und ich glaube du kriegst du kannst dich angehalten und du kannst ich glaube ich erhöhten schaden in dem ding oder so ja ich gar nichts machen ja gut also mache ich solche wirbelangriff die können beide der will mich breiten verpistet das hat endlich sandwich mitnehmen eine rakete ein perfekt positioniert ich bin safe gerettet danke aber superman ist ein bisschen zu gierig versuch die ganze zeit mich hier er will ich weiß ja der muss der tag sich neu gelernt jetzt unbedingt ausprobieren ach wir haben schon rausgeschmissen verpiss dich und jetzt kommt der riesen aber nahe hin schon wieder ich hab dem afl entgegen geschützt was da nein noch stehen raus superman gerade in meinem magen hat wurde der andere rausgekippt möchte schon wieder nicht dann habe ich ausgetrickt ich kann autobock kicken ja das ging die band es wird so wenig platz für uns dicken ich glaube ich habe ich irgendwann eingesammelt man ist ja man ist das für ein würfel ich weiß nicht jetzt also gesehen wie da ich ging ja der kampf der sandwich ich glaube ich mir immer sehr nach vor grösser mal versuchen der japaner der japaner dann wollte ich habe nicht gesehen die japaner ja vom mars ja das wird mich nicht überraschen ich bin ein paar mal so knapp da habe ich gesehen ich kriege als erstes nur bei 70 schaden oder so also die raketen komo gesehene ich habe eine rakete da oben geschlossen hat den getroffen da ist die ok von oben gekommen auf den runtergeprall der mich durch dein portal geschossen nämlich weil ich sein total geschossen ich war dann sei rausgekommen ich bin ein tier und wir ausbauen aber jetzt bin ich gleich aus schlicken dazu der superman ja ja fernseher ja eis was ich wort herkommt das wird wieder nichts ich bin so weit von tor der superman auch so stark wo ist denn aber warum finde ich meinen weg dahin nicht keine gute frage ein riesen superman da schießt es mich dann wurde ich einfach dadurch dahinter lebt noch was dann habe ich gesagt an dem baum kann man sich auch noch hochklettern um diesmal schaffen wir beide noch nicht rausgeflogen da liegt eins am boden manchmal nein meine rakete stützer der rick ist an meine rakete abgeprallt diese mann oder wie langsam fliegen die auf einmal jetzt noch eine das leidmann und sich darauf einlassen das heißt wir haben gewonnen ja oder oder auch 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 gott gott das war jetzt ein hammer ich bin ich eigentlich noch am leben ich habe 160 die brennt schon wie sie noch am leben ja wenn man am leben er kriegt richtig raus okay wir eine synergie haben wir sogar eine werden sogar zwei synergien ja auch wir müssen nicht unbedingt dieselben sachen haben einige sachen sind immer gut egal mit welchem traktor nämlich an ja das sind so standard sagen dann sind so spezifische sachen für spezifische situationen der hat mich von gelobt der pisser das hat gesehen er hat mich gespikt nicht auf den los die ganze zeit der haut mich runter und dann komme ich nicht mehr auf dieser wichser das ist eine katze eigentlich ist das ja aber da ist irgendwie ein anderer charakter aus adventure teil aber ich bin er hat über meine schuld er hat mich zöner hintereinander ausgehauen der pisser man sowieso höher gelevelt ja habe ich nicht gesehen weil ich war so der kopf und höher jetzt hat er mich gemacht weil ja der hat mich in diese komische rentier viel verlangen verwendet gigant bewegt sich so in zeitlupele ja schon so viel schaden perks haben weil er riesig ist ich kann irgendwie zu machen dieser blöde hat mich noch erwischt wir haben wir das jetzt haben wir die kraft der perks nach letztes gefecht hat sich aktiviert weil wir beide aktiviert jetzt bei 90 schon okay ich glaube dann wird der beschissenste oder nervigste tennis spieler überhaupt haben wir meinen dynamit erspielen oder hat sich selbst gebildet auf irgendeinem grund der eine bekehrt sich die ganze zeit die wow und und jerry jerry dennis entspannendes finale oder was 50 ich verstehe es nicht ja wir haben keinen bock mehr mann die denn dann rematch das marschen verstehen würdest hey no no wir haben angefasst gewährt wir machen wir schwer ein habe ich ja nicht mehr ein sandwich es geht irgendwie weg die skater aus dem rechten bildschirm muss jeden wahrscheinlich der macht von greyska hat die getötet ich kann nicht mehr erstmal hat die maapel in der luft getroffen und die unterbrochen und dann hat er mein zweiter apel dafür gedacht dass ich nicht wieder drauf kommt ja weil man sagt nicht und der daniel der beste tennisspieler der welt sagt irgendwie immer tennis wenn er jetzt mal wenn er den ball zurück der tenniss wenn wir wenn ich ja noch ein trocken gerade sandwich wegfliegt was war die da kommt mit dem mülltonnen über habe ich voll weg weg aber guter pass da habe ich gerade neu gemacht er war ein bisschen so unter arena auf der rakete auf den geschossen ist darunter gefallen hätten wir aber hätte das nicht gemacht hätten wir noch verlieren können du hast den jetzt seine gefühle verletzt du schlampe spät aufgefallen dass die toast irgendwie symbolisch sind für ein toaster eben ein toast auf euch ok ich weiß nicht ob das dafür gemeint war ganz ehrlich aber weiß ich echt nicht ob die der so gemeint haben ich glaube die haben einfach nur irgendwann random genommen mehr oster nehmen können aber vielleicht hast du recht vielleicht ist da ein tiefer gedanke dahinter gewesen ausgeflogen die rakete auf den geschossen da auch verdammt jetzt hat er mich direkt rausgauen jetzt gibt es einfach nicht und mein jerry ja nein nein der jahre mordet blöd der nennt sich der abteil auf eine hilflose kleine maus dann bringe ich schon kurz voraus fliegen ja ich auch ja nein dann eben habe ich von mir wir sind seine stimme so dafür nicht glaube ich nicht nein ich bin einfach sogar schon sprechblasen mit anderen kann ich bin ganz gut mit batman 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 sagt das hat man immer noch jetzt nicht mehr eine sekunde stand er noch da war weg ich glaube der stand da ist der boden weggegangen oder so mit der aber wie auch immer man die dinger nennt nicht schon wieder nein hat mich bei der untergauen der pizza hat vielleicht spät sagte den song habe ich früher nie verstanden weil ich irgendwie noch nie vom platz gehört habe damals darum geht es ja ich dachte der macht nur das pizza habe ich auch gedacht weil ich wusste eine restaurantkette schicken und der pizza hat mcdonalds da er nicht so laut sonst kriegst noch ein auf die fressen oder du wirst gekoppeltet weil wir haben ja ich so ähnlich klinge wie dj bobo ist die dj du clown ist ja nicht der form und er ist er ist nicht als sie davon ist der der singt auch einen stern der deinen namen trägt die dj ich weiß nicht ob er in den bergen lebt und heidi verschleppt die leiche auf dem mont everest heißt ob dann ich glaube schon irgendwo in den alpen oder so herr komische leiche da wird irgendeine leiche gefunden ja ja das war die dj ja gott dann ist da gerade passieren der tür muss einfach nur laufen und macht schaden habe ich das gefühl noch etwas geringer war ich bist du den abhängen mit dem ball an der schnur ich weiß nicht der scheiße ich weiß auch nicht ich weiß auch ich habe ja ich habe mal geguckt wie das heißt dieses spiel da mit dem schnurball da ich weiß nicht wie das heißt ich habe da nichts gefunden also mit dem ball an der strippe an der stange ja ich habe da nichts gefunden weil ich nicht weil ich nicht weil ich gefunden habe ich beide piste nein das gibt es doch nicht okay da war die wände die prallen jetzt hast du mich weiter verhindert die anzugreifen da nicht da gibt es jetzt nicht ich habe die software rakete getroffen sind immer links und rechts an die wände abgeprallt ich habe dich abgehalten dann zu sagen ich wollte die mit meinem twister angreifen aber der du hast die in der luft gehalten mit dem blöden ball da habe ich nicht getroffen habe ich mich umsonst da unten gedreht wie so ein idiot ich kann mir blöd vor jetzt